Skipper, da kommt einer. Ein Uhr. Skipper, das war der Wahnsinn. Ich hatte Angst. Ich auch, Kowalski. Da oben gibt es Loot-Männer und wir haben keinen Rucksack dabei. Da, vielleicht haben die Rucksäcke. Ja, der eine. Alter. Skipper, sie schießen zurück, aber mit großem Kaliber. Ich habe es gesehen, Kowalski. Sie schießen sich auf uns ein, Männer. Skipper, schieß. Kowalski, bleib ruhig. Mann. Sie haben uns getroffen, Männer. Rückzug. Skipper, du hast geschossen in ein junger Gott. Schnauze, Kowalski. Verarschen kann ich mich noch selber. Da wird einer angelockt, Skipper. Ja. Psst. Skipper, den hast du 1a weggemacht. Danke, Kowalski. Na komm, wir drängen die Pulle aus. Na, hätte ich gleich Use All machen können. Skipper, das war ein guter Schuss. Ja, ich glaube, wenn der nicht gesessen hätte, wären wir dran gewesen, Männer. Da wurde bestimmt von dem Lärm angelockt. So, schön nachladen. Skipper, du bist so unendlich weiser. Ich weiß, Kowalski, ich weiß. Das habe ich schon oft gehört. So, jetzt kriechen wir auf unseren kleinen, dicken Bäuchen zu unserem wohlverdienten Loot. Sei vorsichtig, Skipper. Wir haben nicht so viel Deckung. Ach, Private. Du hast immer so viel Angst, Kleiner. Sehr schön. Eine Trophäe, so. Ja, Kowalski. Können wir uns in unser Versteck an die Wand hängen. Oh, und ein Rucksack. Seht ihr, Männer? Das Glück kommt zu dem, der warten kann. Er muss hier irgendwo sein, Skipper. Ja, ich glaube auch. Da unten. Er wollte gerade auf uns schießen. Und wo ist Nummer 2? Kowalski. Ich kann ihn nirgends sehen, Skipper. Oh Mann. Ob das mal gut geht? Jetzt wird erstmal gelootet, Private. Klar geht das gut. Bisher ging doch immer alles gut. Ich sehe nicht, Männer. Ich auch nicht, Skipper. Okay, die Luft ist rein, wie es aussieht. Dann gehen wir mal zu unserer Beute. Oh, Beschuss, Sir. Den haben wir nicht gesehen, Leute. Er hat auch kein Wort gesagt. Er hält was aus, Männer. Er hält was aus. Er hat schon ein paar Treffer gekriegt. Aber er schreit noch. Schieß, Skipper. Er will nicht umfallen. Skipper, du schießt vorbei. Ich weiß. Wenn man sich bewegt, ist Kacke, Männer. Ist Kacke. Jetzt. Nein, Skipper vor dem Baum. Ruhe. Das war's. Leute, da vorne ist das Bermuda-Dreieck, Männer. Hier sind schon einige tapfere Männer. Auf nimmer Wiedersehen verschwunden. Auf nimmer Wiedersehen, Skipper. Auf nimmer Wiedersehen, Private. Aber warum? Das, mein junger Freund, ist eines der großen Geheimnisse der Menschheit. Skipper, da kommt einer. Ein Uhr. Skipper, das war der Wahnsinn. Ich hatte Angst. Ich auch, Kowalski. Es war ein ganz dicker Brocken. Eine wunderschöne Waffe. Männer. Ich traue meinen Augen nicht. Wir haben richtig fett Beute gemacht. So, die Weste an. Huh. Ein schöner Rucksack. Leer. Er hat noch nicht mal gelootet. Da läuft der Skipper. Er ist verpeilt. Ja, aber ich treffe nichts. Jetzt. Gut, Sir. Augen auf, Männer. Hier ist es brandgefährlich. Wir gucken nochmal schnell in die... Beschuss! Beschuss! Mann unter Feuer. Männer, Sir. Männer. Das wollte ich sagen, Skipper. Äh, Kowalski. Mist. Ich wollte bloß noch schnell die Tresor leer räumen. Skipper, denk an unsere Aufgabe. Die habe ich nicht vergessen, Kowalski. Kowalski, Berechnung. Schwer zu sagen. Ich schätze zwei Leute. Zwei Skefs. Möglicherweise drei. Ich habe ihn nicht gesehen, Leute. Ich auch nicht. Wir auch nicht. Mir ist schwummrig vor Augen. Ui. Leute, die Waffe schießt sich wie Butter. Oh. Wir gehen, diese Burschen. Skipper erscheint betrunken zu sein. Ein Betrunkener. Das möchte ich hoffen. Private. Das möchte ich hoffen. Die Besoffenen. Obwohl. Die Dummen und die Besoffenen haben immer Glück. Scheiße. Private. Ich habe, äh, Kowalski, äh, Skipper. Ich habe Angst. Na, kleiner Private. Du hast so viel Angst. Hast du jetzt bald einen Namen durch? Du hast Riko vergessen. Sie sind über uns. Ich glaube, einer stapft noch drin rum, oder? Da. Haben wir gegen die Wand geschossen, oder? Es sah so aus. Da, links. Glück gehabt, Skipper. Skipper, unsere Quest. Unsere Mission. Wir lassen das lieber. Die Zeit sitzt uns auch im Nacken. Du hast recht, Kowalski. Aber ich hätte den da drin gern noch erschossen. Wer da so frech drin rumstapft. Hoch hier. Wir haben noch sechs Minuten und 46 Sekunden, Männer. Nein. Komm, wir lassen es lieber. Wir sind da, Skipper. Ja, Kowalski. Kowalski, welche Antenne war das nochmal? Ich habe es vergessen, Sir. Kowalski, wie kannst du das vergessen? Ich glaube, die da vorne. Die? Sieht nicht so aus. Und die? Die? Auch nicht. Kowalski, was ist hier los? Ich weiß es nicht, Skipper. Alter. So viele Antennen gibt es hier nicht mehr. Die da noch. Dreieinhalb Minuten Zeit noch. Auch nichts so. Was zum Teufel geht hier vor sich, Leute? Skipper, ich habe Angst. Ruhig private. Und die Zeit. Die Zeit läuft ab. Private. Bleib cool, Mann. Bleib cool. Ja, wir hauen ab. Wer weiß, was das ist? Vielleicht verpackt. Zweieinhalb Minuten noch, Männer. Das sieht gut für uns aus. Das schaffen wir locker. Kowalski, haben wir noch Zeit zum Looten? Meine Berechnungen sagen ja, Sir. Okay, dann nehmen wir den kleinen Loot-Spot noch mit. Zwei Minuten noch, Sir. Ja. Okay. Was zu trinken. Medizin. Energy-Trink. So, jetzt raus, Männer. Gleich geschafft. 3.850 Punkte, Männer. Einen Spieler getötet und vier Skefs. Sehr gut. Nur schade, dass wir die Quest nicht abgeschlossen haben. Ja, Sir. Das war wirklich schade. Ja. Das war eine große Menge, aber schade. Das war eine ganze Menge, the expiration des Mythos für denanderen.